Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zum Video. Wenn ihr neu seid, gerne ein Abo da lassen, das würde mich freuen. Also da muss auf jeden Fall was passieren, die 50.000 rufen ganz laut nach mir und euch. Dementsprechend billigen direkt los, interessanten Plusartikel habe ich bei der Welt gelesen. Plötzlicher Absturz von 1.000 auf 600 Euro. Platz jetzt, die Stromblase wird hier ganz plakativ gefragt und dazu habe ich verschiedene Gedanken. Also warum fällt erstmal der Preis? Was? Weil bei gleicher oder mehr Angebot weniger Nachfrage besteht. Angebot und Nachfrage, das sollte man ja mal gehört haben, dadurch ergibt sich halt ein Preis. Und wenn wir jetzt gleichen Strommenge auf dem Markt haben, aber weniger Nachfrage ist, logischerweise geht der Kurs dann zurück. Das könnte ich mir hier ganz gut vorstellen. Das Problem, was ich dabei sehe, ist dann aber die Situation 600 Euro. Und das wird in diesem Artikel jetzt hier immer noch, also bezogen auf eine Megawattstunde, das nebenbei gesagt, wird jetzt so getan, als ob das eine tolle Entwicklung wäre. Als ob das vielleicht sogar Robert Habeck zuzuschreiben wäre, dass sich der Preis hier normalisiert. Und das ja zugleich auch noch die Situation ist, dass nämlich bereits vorgestern, wenn ihr dieses Video seht, für mich gestern, am Mittwoch dieser Woche, nämlich Nord Stream 1 komplett gestoppt wurde. Da wäre wohl wieder eine Wartung nötig. Ob das ein vorgeschobener Vorwand, ein Grund oder sonst was ist, der berechtigt ist, das wage ich nicht zu beurteilen. Nichtsdestotrotz, das ist die Situation. Die Energiemärkte haben darauf aber nicht so sensibel reagiert, wie in den Wochen und Monaten zuvor, wenn sowas passiert ist. Der Preis, im Gegenteil, wie gesagt gerade, ist sogar gefallen. Und was wäre denn jetzt eine sinnvolle Methode, diese 600 Euro, die meiner Meinung nach immer noch viel zu hoch sind, dass die nachhaltig vor allem gesenkt werden? Ganz klar, mehr Angebot, geringerer Preis. Bedeutet AKW-Verlängerung beispielsweise, Kohlekraftwerke hochfahren. Und ich gehe mit euch jede Wette ein. Da könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr mir zustimmt oder widersprecht. Alleine wenn es eine Ankündigung unserer Bundesregierung oder von Herr Habeck geben würde, dass die AKWs in Deutschland, die drei, die zum Ende des Jahres abgeschaltet werden, dass die verlängert werden. Nur dann würde sich der komplette Strompreis vielleicht nicht normalisieren, aber deutlich runtergehen, sodass er wieder in bezahlbare Bereiche kommt. Da gehe ich wirklich jede Wette ein. Und überleg doch mal realistisch. 600 Euro. Wie soll denn das bezahlt werden? Das ist ja immer noch ein gigantischer Preis, den die Wirtschaft genauso wie auch die Privathaushalte nicht bezahlen können. Das ist doch absoluter Horror für uns alle. Und dass das jetzt hier so gefeiert wird. Ja gut, vor zwei Tagen war es halt nur noch schlimmer. Aber schlimm bedeutet ja nicht, ist jetzt perfekt. Oder sehe ich das falsch? Dann ganz interessant zu sehen ist diese Nachricht hier von BMW. BMW Aktie positiv. BMW beginnt mit Produktion von Brennstoffzellenantrieb. Ach, hat man da im Hintergrund so ein bisschen, ja, sich weiterentwickelt und nicht nur den Fokus auf Elektromobilität gelegt, sondern vielleicht auf die Lösung unserer Energiesituation mit fossilen Brennstoffen und so weiter, dass man jetzt hingeht und auch die Brennstoffzelle in Erwägung zieht. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut, weil gerade auch ein Elektroauto-Pionier, Toyota, ist ja einer, der vor Jahren schon die ersten Elektroautos mit dem Toyota Prius hatte, der sagt, nein, wir konzentrieren uns nicht nur allein auf Elektromobilität, auch andere Antriebsarten sind interessant. Und im Handelsblatt gibt es dann zu dem Thema BMW auch noch ganz interessant, Wasserstoff im Tank. BMW plant mit der Brennstoffzelle. Und der Konzernchef hier setzt neben Strom auch auf Wasserstoff. Jetzt hat der Autohersteller Testfahrzeuge präsentiert. Die Konkurrenz ist skeptisch. Ja, wenn sie das nicht wären, oder sie wären es nicht so rum, wenn sie doch selber in der Technologie sehr, sehr stark geforscht und jetzt vielleicht was auf den Markt bringen könnten. Das versucht man natürlich jetzt hier klein zu reden. Ja, da sind wir skeptisch, das wird nicht funktionieren. Blibla blub. Man kennt das Übliche. Aber ich bin fest überzeugt, dass das eine Lösung sein kann und hoffe es. Wenn man sich das anguckt, der Auftrag machen hier erstmal 100 Testfahrzeuge vom Modell X5. Also ein relativ großes Fahrzeug ja auch. Und bin mal gespannt. Ich werde euch im Laufenden halten, wie sich das ganze Projekt da seitens BMW entwickeln wird. Aber kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das funktionieren wird. Wir gucken dazu auch nochmal rein. Hier BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber sagt nämlich hier beispielsweise über den Schwerlastverkehr kommt der Wasserstoff in die Mobilität. Und wenn die Infrastruktur entsteht, wollen wir ganz vorne dabei sein. Und laut ihm könnte das beispielsweise sein, alle 100 Kilometer eine Station an der Autobahn. Und es ist natürlich noch kein flächendeckendes Netz oder ähnliches vorhanden, um Wasserstoff eben zu tanken. So sieht das Ganze aus. Noch mal ein bisschen anderes Prinzip. Aber überlegt euch doch mal. Allein der Vorteil gegen reines Elektroladen sind ja ein paar Minuten nur und der Tank ist voll. Das ist ja was ganz anderes als 20 Minuten, 40 Minuten um 80 Prozent des Akkuzustands zu erreichen. Das ist ja absolut unfassbar. Das kann ja nicht funktionieren. Dass aber dann auf der anderen Seite Hersteller wie VW beispielsweise sehr kritisch sind. So zum Beispiel hier der ehemalige Audi-Chef Markus Düsmann bis 2018 selbst im BMW-Vorstand. Und heißt dann hier, vor allem die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff sieht er auf absehbare Zeit nicht gegeben. An Wasserstoff für den Einsatz im Auto glaube ich daher nicht. Also es geht hier wirklich darum, wo kommt denn jetzt der Wasserstoff her? Ja und dann würde ich den Herrn Düsmann ganz gerne an der Stelle direkt mal fragen, wo genau kommt jetzt die sogenannte grüne Energie, sprich der Strom für die Elektroautos her? Haben wir da ein ausgereichendes System etabliert über die letzten 15, 20 Jahre, sodass genug Elektroautostrom vorhanden ist? Das wäre mir neu. Okay, das klappt vielleicht, wenn du ein Privathaus hast und hast eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und lädst darüber dein Auto. Okay, im Winter wird das Ganze schon wieder ein bisschen kritisch. Kann vielleicht über einen Akku und so weiter funktionieren, aber funktioniert nicht bei allen und jedem. Also die Frage ist genauso wenig geklärt. Und daran sieht man doch einfach, dass wieder mal hier nur versucht wird meiner Meinung nach, diesen Wasserstoff schlecht zu reden. Weil auf der einen Seite Wasserstoff nicht grün hergestellt ist schlecht, Elektromobilität, Strom nicht grün hergestellt und das ist dann gut. Das ist doch ein Widerspruch oder sehe ich das falsch? Ganz interessant und ganz anderer Bereich ist Disney. Disney als Aktie sollte man meiner Meinung nach schon auf dem Schirm haben. Wir gucken uns den Aktienkurs dazu auch direkt als erstes mal an. Steht aktuell bei 111,98 Euro. Die haben natürlich ein sehr, sehr großes Umsatzpotenzial, wenn diese Disney World und wie es alles heißt, geöffnet sind. Also Freizeitparks, die kosten ordentlich Kohle, da wird viel Merch gekauft, also Fanartikel und so weiter. Und da gucken wir auch gleich nochmal in die Richtung bei Anlagemünzen, Silbermünzen und so weiter, Sammlermünzen. Da gibt es auch ganz viel, was die da machen, weil zum Disney-Konzern gehört ja mittlerweile Marvel und auch Star Wars. Also ganz, ganz großes Potenzial und die haben natürlich über die letzten zwei Jahre auch ordentlich gelitten, weil die Parks halt nicht permanent geöffnet waren. Aber überlegt euch da mal, die waren ja auch nicht blöd mit dem Disney Plus Streaming Dienst, der sich in den letzten Jahren auch in Deutschland sehr, sehr stark etabliert hat. Und dann heißt es nämlich hier bei Galaxus.de, Disney überholt Netflix und erhöht zur Feier des Tages die Preise. Ja, das ist ein paar Tage alt, da gab es nämlich die Info darüber, dass Disney Plus 152 Millionen Abonnenten hat. Das ist wirklich eine gigantische Zahl und damit halt auch schon deutlich mehr als Netflix noch. Und Netflix, die Entwicklung, wir haben auch schon mal in dem einen oder anderen Video darüber gesprochen, dass da teilweise in den Sendungen ja komische Vorkommnisse vorkommen, erzählt werden, wie sie einfach nicht stattfinden. Dass man ja diese ganze neue Entwicklung mit Vogue und sowas auch noch in solchen Netflix-Serien dann sieht. Da haben viele Leute kein Interesse dran und abonnieren dann einfach nicht mehr, respektive deabonnieren. Und weiterhin dann zu gucken, ist Disney auch in dem ganzen Streaming-Bereich sehr aktiv. Heißt nämlich hier bei Golem, Disney plant Prime-Abo-Version von Disney Plus. Basierend auf dem Streaming-Abo Disney Plus wird derzeit ein erweitertes Prime-Abo bei Disney entwickelt. Also sie versuchen hier noch eine günstigere Variante, könnte ich mir vorstellen, dass die kommen wird oder irgendwas mit Werbung behaftet vielleicht. Mal gucken, wie dieses Konzept ganz genau aussieht. Ob das funktioniert und ankommt, ist natürlich die andere Frage. Aber sie machen was und dementsprechend sollte man die schon auf dem Schirm haben. So und das nehmen wir dann nämlich zum Anlass hier an der Stelle einmal, gucken wir beim Kettner rein, was macht Disney denn noch? Disney macht natürlich ganz viel Merchandising und die Lizenzrechte, nehme ich an, werden dann verkauft an die verschiedenen Hersteller von solchen Sammlermünzen eben. Und die dürfen dann halt hier so irgendeinen Droiden da drauf drücken, die dürfen dann hier irgendwie so eine Rebellions, also irgendein Logo drucken, dürfen hier den Helm von Kylo Ren beispielsweise darstellen oder so ein Stormtrooper und so weiter hier die Münze oder so ein Todesstern und so weiter und so fort. Also es gibt ja wirklich in diesem Star Wars Universum ganz, ganz viel Auswahl. Und das kann man natürlich gut zu Geld machen, das funktioniert. Und das sind natürlich auch Anlagemöglichkeiten, die funktionieren. Wenn man sich teilweise Star Wars Münzen anguckt, die 1.000, 2.000 Euro gekostet haben, aber jetzt heute mit 4.000, 5.000 Euro schon gehandelt werden, ist das eine geniale Investition, die man auch auf dem Schirm haben sollte. Aber genau so, habt natürlich auch diesen Investorenblick auf die Aktie und alles, das ist eine Cash Cow. Diese Fangemeinde ist einfach riesengroß weltweit, so ein Artikel kann weltweit problemlos auch verkauft werden, das Konzept geht auf. In diesem Sinne meine Freunde, das war das Video für heute, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn es so ist, Daumen hoch, unbedingt mal abonnieren ganz gerne, damit wir die 50.000 bald mal knacken, das wäre ein richtiges Fest. Haut rein, bis zum nächsten, ciao, ciao.